Die alten Meister des Schachs haben mit ihren Ideen die nachfolgenden Generationen bis heute beeinflusst. Es ist daher ein Muss für jeden, der sich im Schach verbessern möchte, die alten Klassiker zu studieren. Herzlich Willkommen zur Schach Masterclass. Mein Name ist Benjamin, ich bin seit vielen Jahren aktiver Vereinsspieler und habe in verschiedenen Schulen und Vereinen als Schachtrainer gearbeitet. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene des Schachs und verfolgt das Ziel, ein Grundwissen über Schachstrategie aufzubauen und das strategische Gefühl zu verbessern. Der Kurs ist unterteilt in acht verschiedene Lektionen mit acht verschiedenen Meistern, beginnend mit Wilhelm Steinitz, dem Revolutionär des romantischen Schachs im Ende des 19. Jahrhunderts, bis hin zu Vassilis Müßloff, dem siebten Schachweltmeister in der Mitte des 20. Jahrhunderts. In jedem Kapitel werde ich dir in einer kurzen Biografie den jeweiligen Meister vorstellen. Wir werden die ausgewählte Partie analysieren, wobei ich dir natürlich alle Pläne und Ideen ausführlich erkläre und zusätzliche Varianten mit an die Hand gebe. Und am Ende des jeweiligen Kapitels wird es eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen aus der Partie geben. In diesem Kurs werden eine Vielzahl von strategischen Schlüsselthemen behandelt, wie zum Beispiel der Vorposten, die Initiative oder aber auch die Figurenisolation. Ich habe bei der Auswahl der Partien aber auch darauf geachtet, dass sie einen gewissen Unterhaltungswert mitbringen. Du kannst dich also auf spektakuläre Opferkombinationen, gnadenlose Würgegriffe und vieles mehr auf dem Brett freuen, was dein Spielen mit Sicherheit inspirieren wird. Es wird aber auch immer mal eine kleine Taktikaufgabe geben, die du eigenständig lösen kannst und am Ende des Kurses kannst du in einem Quiz dein neu gewonnenes strategisches Wissen unter Beweis stellen. Also lass dich von der Magie der alten Meister inspirieren und schreib dich in diesen Kurs ein. Ich wünsche dir viel Spaß, wir sehen uns im Kurs.